In diesem Video geht es um die besten Einbaukühlschränke. Der Qualitätssieger in unserem Einbaukühlschrank-Test geht an den Bauknecht KSI 9 VF2. Die Innenraumbeleuchtung des Kühlschranks sorgt mit Energiesparenden und besonders langlebigen LED-Lampen für besten Überblick. LED-Licht erzeugt keine Wärme und schafft damit optimale Lichtverhältnisse auch im gefüllten Innenraum bei extrem niedrigem Energieverbrauch. Bringen Sie flaschensicher unter. Dieses Kühlgerät ermöglicht Ihnen mit seiner Flaschenablage eine optimale Aufbewahrung von Getränken. Freuen Sie sich über noch mehr Sicherheit und Komfort. Die Fächer des Kühlschranks sind aus gehärtetem Glas mit gelippten Ecken. Einbau mit 50% Zeitersparnis. Freuen Sie sich über eine kinderleichte Montage. Mit ZMU Quick passt Ihre alte Möbelfront problemlos auf das neue Gerät. Der Einbau von Kühlgeräten erfolgt in der Hälfte der Zeit. Alle Befestigungen sind vormontiert und können einfach nachjustiert werden. Passend zu Ihrer Küche. Dank variabel montierbarer Türbeschläge können Sie selbst entscheiden, ob sich die Tür nach rechts oder links öffnen soll. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Respecta KS 88A. Der Respecta Einbaukühlschrank begeistert nicht nur durch sein Design, sondern auch durch seinen geringen Energieverbrauch. Mit einem Nutzinhalt von insgesamt 135 Litern bietet der Kühlschrank ausreichend Platz, um Ihre Lebensmittel frisch zu halten. Zusätzlicher Komfort wird durch einen wechselseitigen Türanschlag und ein automatisches Abtauverfahren im Kühlteil erreicht. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Einbau-Kühlschrank-Test ist der PKM KS 120. Dieser Einbau-Kühlschrank KS 120 von PKM ist ganz bestimmt die richtige Entscheidung. Wenn Sie auf der Suche nach einer kompakten und sparsamen Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Einkäufe sind. Die Geräuschemission von 39 Dezibel macht dieses Gerät garantiert zu einem stillen und benutzerfreundlichen Begleiter in Ihrem Alltag. Im 104 Litern umfassenden, beleuchteten Kühlraum bieten eine Glasablage, eine Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung und drei Türablagen inklusive Eiereinsatz genug Optionen für die optimale Unterbringung Ihrer Lebensmittel. Das Gefrierfach mit einem Nutzvolumen von 14 Litern stellt ausreichend Platz für Ihre Tiefkühlkost bereit. Zudem sind Sie in der Lage, den Einbau-Kühlschrank mit Hilfe von Schleppscharnieren und einem wechselbaren Türanschlag perfekt Ihrer Küchenzeile anzupassen und zugänglich zu machen. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.